Sieglinde, äh, Sieglinde steht auf. Erquickung schaffe ich. Ne, ja, du springst, springst, das ist klar, dann kommt irgendwie angewackelt. Dann gehe ich schon zu ihm. Und dann kniest du dich erst mal hin. Noch schwillt in der Atem. Dann kriege ich bei dir. Bis jetzt dies auch frei, hier muss ich rasten. Noch schwillt in der Atem, das Auge nur schloss er. Ich glaube, es verletzt ja so die Hände. Also laber und biete ich dem lächelnden Gaumen. Und dass du erst sagst, laber und biete ich dem lächelnden Gaumen schenken willst, und dann kommen erst die Hände nach dem Satz. Es wäre damit leichter zu spielen. Das ist gut. Dann gucke ich dich an, da brauche ich deinen Blick. Ja. Und dann wird es schon peinlich. Dann guckst du weg. Dann guckst du weg. Wie geht es dann genau weiter? Äh, genau. Ja. 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 Wasser, wie du gewollt. Kann ich dir das gehen? Wasser, wie eigentlich ein bisschen besser? Später. 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 Sie waren craftsen. Ja.